... des jüngsten Tiroler Hallen Nachwurfsmeisters, der U8, des FC Wacken Tirol, der Tobias Auböch. Und des ältesten Tiroler Hallen Nachwurfsmeisters, der U19, des FC Kupstein, zusammen mit Christian Stoff haben den Irland Stoff... ... des jüngsten Tiroler Hallen Nachwurfsmeisters, der U19, des FC Kupstein, zusammen mit Christian Stoff... ... des jüngsten Tiroler Hallen Nachwurfsmeisters, der U19, des FC Kupstein, zusammen mit Christian Stoff... Sieg! 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 Sieben umfünfzigste Spielminute, FC Wackenläufe, SK Sturmkrags, neuer Spielstand 0 zu 2. Schuhe.. 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 Zauberstur! Achtung 80. Spielminute FC Raka Tirol gegen Iska Sturm Graz, neuer Spielstand, es war eh zu viel. Achtung 80. Spielminute FC Raka Tirol gegen Iska Sturm Graz, neuer Spielmann, es war eh zu viel.